Ich hatte Reitmeier, ich glaube es waren, und dann auch für die ganzen Geschenke waren 16 Euro. Der praktische Gegeben hat die vier Euro geführt. Ich sehe es auch, dass wir nicht so gut sind. Ich habe ja auch ein paar Geschenke gehabt. Ich habe ja auch vier Euro in der Erdnungs-Geschenke gehabt. Ich habe ja auch vier Euro in der Erdnungs-Geschenke gehabt. Ich habe ja auch noch zwei Euro in der Erdnungs-Geschenke gehabt. Ich habe ja auch die Erdnungs-Geschenke gehabt. Ich habe ja auch eine Kleinigkeit, als ich wollte mir Geld ausgeben. Ich habe schon ein Darmier gemacht. Ich mache so eine Leibandbekäufe und dann auch danach, dass du ein Koch weiterkonsten. Ich habe keinen Rechten, ich kann nur davon Geld als zeichnen lassen. Ich habe Schokolade. Ich mache Schritten, mach deinen Geld rein und ich mache 22 Euro Schein, den 사람�kassel. Das war's. 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 Das war's.